Tausend Handgriffe, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Das und der Umgang mit hochwertigem Material macht meine Arbeit als Geigenbauerin aus. Seit Jahrhunderten wird eine Violine auf die gleiche Art von Hand hergestellt. Das Ergebnis ist die perfekte harmonische Vereinigung von Technik, Wissenschaft und Kunst. Ich liebe es, meinen Erfahrungsschatz durch die Routine meiner Hände in die Arbeit einfließen zu lassen. Exakte Proportionen in der Form und absolute Präzision in der handwerklichen Ausführung bezeichnen den Anfang eines langen Prozesses, an dessen Ende ein Instrument mit seinem höchst individuellen Charakter steht. Jede Geige ist in ihrer jahrhundertealten Tradition gleichzeitig auch ein höchst modernes Instrument. Damals wie heute wird sie gebaut, damit Musiker ihr Klänge und Melodien entlocken, die uns zum Träumen bringen. Die Materialien eines Streichinstruments, das Holz, die Pigmente und verwendeten Harze, stammen alle aus der Natur. Doch erst handwerkliches Geschick und sorgfältiges Arbeiten verleihen dem Instrument seinen künstlerischen Wert. Jedes einzelne Detail, die Textur, die Farbe und die Oberfläche sind Ausdruck von Schönheit und exzellentem Handwerk. Das ist es, was mir bei meiner Arbeit so wichtig ist. Das ist es, was mir bei meiner Arbeit so wichtig ist.